Bist du eine Hexe? Froni! Bist du eine oder bist du keine? Entschuldigen Sie bitte, aber meine Schwester meint es nicht so. Sie sind natürlich keine Hexe. Nein? Nein, denn sie sind weder böse noch hässlich noch alt. Und Hexen können sie auch nicht. Hilfe! Ich will wieder runter! Du bist also wirklich eine Hexe! Bitte lassen Sie mich wieder runter! Kannst du noch mehr Hexen? Bitte? Woran hast du denn gedacht? Bist du verrückt geworden? Hast du vergessen, was heute für ein Tag ist? Na? Der Rabe kann nur sprechen! Ist der ein verzauberter Prinz? Nein, kein verzauberter Prinz. So ein alter, ängstlicher Stubenhocker, der immer alles besser weiß. Was hat der denn? Nichts Wichtiges, aber weißt du was? Wir machen einfach die Fensterlehnen zu, dann sieht uns keiner. Soll ich jetzt bitte wieder runter? Was? Achso, ja, natürlich. Was soll ich jetzt Hexen? Der Tisch soll an die Decke. Egal, weiter. Die Badewanne da. Soll voll sein mit Milch und Honig. Und was ist mit dir? Weißt du auch ein Hund schon, dass ich Hexen soll? Der Ofen soll ein Lied singen. Ein Lied? Mal sehen. 时 auch ein Lied. Dann verpassen Sie. Dann können Sie sich auch ein Lied singen. Dann können Sie sich dann ausziehen. Na, die sind ja Lied singen. Da ist es ein Lied sein. Und das ist ein Lied. Ja, 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 ja! Ja, ja!